Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind jetzt kurz vor Baracke, Eisbaracke und wir haben gestern im Neisteam noch ein bisschen gegrindet, also bis die Levels da waren, gegrindet. Die blöde Quest hier gemacht mit dem College und jetzt gehen wir kurz noch in das Portal, um zwei Slots zu bekommen für die Idole und das ist hier oben. Ja, ich war ja in den letzten Part ein bisschen enttäuscht vom Patch gewesen. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen besser geworden, aber es ist immer noch trotzdem ein bisschen blöde zu spielen. Balancing ist ein bisschen schlecht, also immer noch schlecht geworden. Und ja, vor allem die Mana Kosten und so, die Items. Ihr kennt ja die Sache mit dem Gift Schaden, das haben sie immer noch nicht gefixt. Es kommt auch noch dazu, dass die Gegner immer noch zu viel World Schaden machen in dieser Phase von der Kampagne. Es ist einfach, ja, sie kümmern sich null um das Balancing. Sie haben viele Builds, die overpowered sind, nicht genervt. Sie kümmern sich null um die Balance. Was sie machen, ist die Grafik ein bisschen zu verbessern. Ein bisschen, ja, die Gebiete zu verbessern und ja, eine neue Kampagne, also eine neuen Akt einzubauen. Mehr nicht. Hm. Das finde ich halt ein bisschen doof, weil sie hätten so ein gutes Spiel machen können mit Patch 0.7.8. Sie hätten viel reinigen können, haben es nicht gemacht und ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt schauen wir mal Eisbarag an und vielleicht bin ich dann wieder ein bisschen weniger enttäuscht. Aber es ist halt einfach eine Schweinerei, wenn Fans nicht geholfen werden, indem sie einfach mal ein bisschen etwas prononcieren oder ja, ändern. Also ja, sind wieder nur noch weniger neue Unix reingekommen. Das ist halt echt doof. Komme ich jetzt endlich diesem Level ab für den Skill 1 Nova über oder so? Das muss ich jetzt unbedingt schauen. Ähm, ganz wenig noch, okay. Das nervt, wenn jetzt so lange geht und ich zu hohe Mana-Kosten habe. So mega lange. Das ist schon ein bisschen komisches Spiel. Ähm, weisst ihr, Allesbracht hat viel, viel mehr Wana und sie geben das Mana irgendwie nicht zurück, die Kosten. Sie erhöhen auch nicht das Mana pro Level oder so. Das ist so nervig, wenn man einfach irgendwann mal feststeckt, weil man zu viel Mana verbraucht, wenn man es nicht weiss, dass es irgendwie anders skaliert ist. Also, ich mache zwei Mana Plus, zwei Mana Minus und trotzdem habe ich mehr höhere Mana Kosten als vorher. Das geht irgendwie gar nicht. Jetzt müssen sie schreiben, oh, das gibt dann einen doppelten Skalierungsbonus, wenn du Plus Mana machst, oder das Spell zwei Mana Plus kostet. Aber nicht so, also Spell kostet viel mehr Mana irgendwie. Das ist so doof. Auch mehr Nots gehen irgendwie nicht. Also, Schaden steigert sich gar nicht so viel, wenn man jetzt zwischen Schaden bekommt. Wenn der Schaden vom Spell erhöht wird und sich das gar nicht so steigt. Ja sicher! Genau, spammt doch noch mehr. Ja, mit so einem langsamen und Mana kostenhohen Skill ist es manchmal schwer, einfach zu überleben, weil man irgendwie immer wieder zugespampt wird und wie in Space die Frage nicht die Defensive erhöhen kann, weil man so auf Unix abhängig ist, oder? Das ist alles ein bisschen, ja, das Spiel ist einfach noch in einem absoluten Beta-Status und nicht in einem E-Statum. Das ist ja auch nichts zuerst. Würde ich auch nicht verinnern, dass das Spiel endlich dann endlich fertig ist und... Ja, so wie Puff of Excel hat, trotzdem noch ein bisschen Balancenprobleme hat. Das stört mich nicht, aber nur... Sollte auch mal wirklich auch ein bisschen fertig sein. Also, Beta-Games ist jetzt wirklich nicht mehr so meins. Schon zu lange Beta-Tester und mich nervt es einfach. Das ist ja auch so mega viel Mana kostet. Dann ist es einfach broken, also, ja. Sorry, aber andere Charakterklassen haben nicht so viele Mana kosten. Das ist völlig komisch. Weil der Eisbaum echt viel Mana kostet und die anderen Bäume irgendwie nicht, oder was? Der hat viel Leben, ne? Der Kimi halt mit Feuerballen soll auch nicht aufhören, wenn wir noch genug Schaden machen können. Also, Eis hat am Gegner immer so viel Resistenzen, nämlich. Vor allem Void Damage, äh, vor allem Ding Damage. Ähm, Necrotic Damage. Extrem viel. Minus bei Bossen und so, weil sie Resistenzen sind. So, zwei Idol Slots haben wir. Jetzt minus Mana nochmals. Nochmals halt. Ja. Ist schon viel besser. Aber immer noch zu wenig. Wir müssen nochmals einen Punkt einsetzen. Noch mehr Cold Receive verlieren. Aber wir staken ja. Intelligenz. Geht schon. Ja, ist viel, viel langsamer. Das Feuerball geht ja ab wie die Katze. Hier ist leider nichts. Gut, dann gehen wir wieder raus aus diesem Portal, damit wir hier nehmen es durch. So, Bight Level Up, Bight noch ein Skillpunkt und dann sind wir bei Eisbaracke angelangt. Ja. Bin gerade aufgewachen. Dachte ich mache jetzt ein Part, lad ihn hoch und dann schreibe ich mal wegen der Kaffee-Card und so. Nein. Ja. Ich würde schon gehen mit dem Einwärm. Gucken ob dann der Fates noch läuft oder ich alles neu machen muss. Ich denke nicht. Aber das ist so doof, dass die Leute, also die Grafikkarten herstellen immer noch so ein schlechtes Management haben. Dass man wirklich verschiedene Grafikkarten im Sockel und so hat. Also je nach Mainboard geht oder nicht geht. Das ist immer die Frage. Wieso machen denn das, die Kickler so? Können die nicht einfach Grafikkarten bauen, die die gleichen Lüfter brauchen? Nee, das muss natürlich immer eine gute Grafikkarte sein, die noch größere Lüfter brauchen und alles mögliche. Ah. Mal weniger Grafikkarten herstellen, die wir entweder für 100 Grafikkarten. Kann doch nicht sein, dass man so abhängig ist von Techniken und alles mögliche. Dass man das nicht automatisch kann. Also ja, dasselbe kann einfach. Relativ automatisch auch geht. Fragezeichen. Ja. Item Spam. So, das werden wir hoffentlich auch noch schaffen. Aha. Die hängen alle hier fest. Ja sicher. Kann ich mal mehr raus. Wieder dieses Spam von diesen Chimeras. Ai, ai, ai. Ja, nur durch diese Spiegelbilder sind jetzt alle auf einem Pulk da. Ah, yeah. Das Spiel hat so starke Probleme mit Kai-In. Das ist leider nicht schon nachvoll, wenn man jetzt hier einfach wieder Pulk Probleme hat und die Gegner zu stark sind. Zu viel gespammed werden ständig. Tja. Eben, die Entwickler machen sich halt einen Scheiss darum, mal etwas zu balancieren und... Ja, jetzt... Ah, Mann, wieder die Mana-Kosten. Gab's ja nicht. Also ausgesehen, als wird's reichen, aber nein, er bekommt weniger Schaden, wenn er lowlight ist. Na gut. So, aber 28. Also dieser Patch ist bis jetzt der schlechteste, habe ich so das Gefühl. Einfach weil alles ein bisschen aus Kontrolle ist. Okay, es fehlt noch eine. Also wir müssen dann noch ein Level machen, aber das geht ja schnell. Sehe ich gerade. Es ist sehr schlecht zu erkennen, dass dort ein Skidtree, ein bisschen Balken, wie viel man jetzt noch braucht und so weiter. Ja, noch einen Fade, glaube ich. Genau. Noch ein Level-Fade. Aber wir sind sowieso great quality, wenn wir noch machen. Genau. Ah, genau. Das haben wir gestern nicht mehr gemacht. Ich dachte, ich hätte das gemacht. Also gehen wir nochmals zurück. Ja, es ist sehr verwirrend, immer noch die Quests zu machen. Man kann immer noch irgendwie nicht verstehen, wieso man jetzt noch dorthin muss und da sind. Das ist gar nicht so im Kopf, was man jetzt noch gemacht hat und nicht gemacht hat. Es ist recht, Beta ist also. Das Spiel fühlt sich einfach noch mega wertig an. So, jetzt mal weniger Mana kosten. Teleport, also zum Beispiel. Ja, ich muss unbedingt Bord jetzt den Balken noch machen. Es bähnt nicht, indem wir so viele Kira machen. Wie mehr raus. Oh Gott. Wenn werden die Gegner mal genervt, ey. Unglaublich. Einfach weniger schon geschossen. Ja, also wie halten sie auch aus. Also diese... Äh, Loks. Ich habe das Gefühl, ich mache mir mal einen Necker nochmals, aber einen auf Nahkampf-Skelette. Dann mache die einfach auf Mega-Zäh. Wenn ich genug Schaden mache. Aber, äh, ja. Das dann einfach, sobald ich mehr Zeit habe zum Spielen. So ein paar Tage haben sicher noch Zeit. Ich dachte eventuell weniger Lifestream, weil ich einfach kaputt bin vom Lifestreamen immer wieder. Ein bisschen pflegen. Oder im Lifestream wirklich eine andere Klasse machen. Ja. Mana kosten, hallo. Weg, reduzieren. Kann doch nicht sein, dass der... In dem Tarnover so mega viel kostet. Also was ich habe, sind zwei glaube ich mehr. Nein, zwei... Nein, jetzt habe ich wieder gleich viel wie am Anfang. Und trotzdem habe ich so mega Mana kosten. Kann doch nicht sein, weil... Eben. Auf Papier habe ich... Gleich viel Mana kosten wie am Anfang. Und das steht 15. Trotzdem... Ein wenig schnell in kraser Spitze ist die Kugel immer wieder leer. Und ja, man kann halt auch keine Mana... Notzing ist kein oder so. Nur mehr Mana. Also... Was das Problem ist, ist Mana Reckneration. Das ist so langsam. So. Das ist das Hauptproblem. Und ja... Das sind einfach Dinge, die ich überrede. Weil sie mich stören. Ich denke auch deshalb wieder ein bisschen weniger... Gleich streamt dieses Spiel. Weil die Leute nicht gleich streamen wollen, weil das Spiel so unfertig ist. Und weil es halt noch kein Multiplayermodus gibt stimmt. Die haben angekündigt, sie werden es machen. Machen es nie. Es ist klar, dass sie keine richtigen... Profi-Streamer haben. Ich habe eher Leute streamen, die noch ganz viele andere Spiele spielen. Und weshalb nicht Profis sein können müssen spielen. Wie ich zum Beispiel. Ich weiss ja schon oft, aber um zu wenig effizient. Also... Das Spiel hat ein bisschen... Zum Anschauen eher. Und ich glaube auch... Ja, ich gehe alle 100 und suche weiter. So, ähm... Genau hier runter. Und jetzt haben wir Eisbracke. Okay, der Skill ist scheiße. Ich werde einfach von diesem Spiel ständig getrollt. Und auch hier... Wieso kommt man am End raus, wenn man... Ja... Echt zum Camp muss. Wenn man automatisch immer am End rauskommt. Ist auch doof gemacht. Ich müsste echt dort mal entwickeln. Ich werde mal zeigen, was das Game Design heisst. Ne, es ist ja schon ein super Spiel. Aber, ey... Es nervt einfach so schlechte Sachen... ... drin zu haben. Da machen es andere Games wie zum Beispiel... Ja, Grim Dawn und so. Schon von Anfang waren es viel besser. Und dann hat er auch schon sehr viele Jahre hinter sich. Vier, glaube ich, oder so. Seit er erst... Also, der ersten Pre-Alpha oder was das war damals. Und es war damals schon fertiger. So, Eisbracke. Ich gehe gleich mal hier hin. Und nehmen jetzt eigentlich dieses Eisnohr aus, oder? Es geht einfach gar nicht, sind viel zu hohe Mana Kosten. So, weg damit. Und jetzt hier ist es... Kosten 50. WTF. Zuerst mal Mana Kosten heruntersetzen. Wieso machen die so komplizierte Bäume? Verstehe ich es nicht. Muss ich immer so enttäuscht sein? Ja. Sonst machen wir direkt... Ne, ein Bild. Es hat wahrscheinlich auch noch niemand angetestet. Wissen Spell, weil... Jeder nicht so... Ja, in Krisen Mana koste plus 20. Was soll das? Okay, es ist ein Channeling-Skill, aber... Ich brauche Mana Kostenreduzierung. Hallo. Darf ich bitte haben? Es gibt so viele Sachen, aber keine... Reduzierung. Da werden wir reduziert auf Maximum 10 Stacks. Wieviel haben wir jetzt? Steht nicht. Steht! Soll doch stehen! Also sie curven und kurven den ersten Gegner nur. Naja. Movement Speed... Äh... Wird nicht haben. Produzierung. Cooldown eventuell machen. Cooldown eventuell machen. Eissheet, ja. Wo bitte hier ist Reduzierung? Sie haben gar keine Reduzierung Mana... Start angebaut. Was ist... Was ist Pierce Chance? Sie umkufen den nächsten Gegner. Das heißt, er pierst nicht und dann ist er weg... Das Projekt T. Wir sind eventuell hier hoch irgendwie. Ja, dann ist es weniger Channeling Kost. Nein, das ist da nicht so gut, weil wir dann mehr Mana Kost haben. Ja, ich weiss nicht was ich hier... Ich bin völlig enttäuscht von diesem Spell. Das gerade momentan. Ja, noch mehr Mana Kosten. Okay. Ja, völlig eh... Nicht... Nicht balanciert. Also gehen wir mal hier runter und schauen, wie viel Mana Kosten das Spell jetzt wirklich hat. Sonst habe ich keine Ahnung, was ich hier jetzt mit diesem Spell anfangen soll. Man hat doch nicht so viele Mana, dass man sie mit den Spell spammen kann. Und dieser ist der falsche Spell jetzt hier unten. Also immer noch der Ski und nicht der andere. Okay. Ja. Macht noch zu wenig Damage. Ja, und sehr langsam. Ist viel zu langsam. Na ja. Ich bin sehr enttäuscht vom Ski. Ah, und man muss nicht drauf bleiben. Ist ein Spell, der andere unterstützt. Also so eine Art Winter Orb von Papa Backsizer. Und schiesst nur in eine geringe Richtung. Na ja. Was soll ich mal dazu sagen? Ich müsste eventuell piercen. Aber irgendwie... Ja, das hätte er mir nicht sein. Ich wollte ihn anschauen. Das sah gut aus. Ist irgendwie nicht so meins. Da muss man wieder so tolle Items sagen scheinbar. Man muss jetzt auch irgendwie helfen. Weil er immer nur in eine Richtung schiesst. Hm. Ja, eigentlich ist er schon ziemlich stark. Nur eben. Er schiesst immer nur in eine Richtung. Und man muss drauf bleiben scheinbar, wenn man... was die Richtung ist. Nein, das wäre... Er schiesst immer in eine Richtung. Also völlig... Völlig schlecht gemacht. Ja. Gut, dann mach ich halt ein andern Bild. Schade. Also kann ich nicht arbeiten. Mit so einem schlechten Spell. Ist auch langweilig zu spielen irgendwie. Okay, einfach jetzt momentan. Ich darf gerne Feedback geben über diesen Spell. Wenn ich ihn auch ein bisschen einsetzen soll. Ein bisschen Hilfe. Ja, aber er ist... Er wurde eigentlich nicht verbessert. Er wurde einfach mit einem Skill-Tree-Ding, also... Ja, wurde schon ein bisschen verbessert optisch und so. Aber jetzt nicht effizienter gemacht. Und das ist das größte Problem. Jetzt versuche ich es mal an einem... Necumenze nochmals. Ich habe hier einfach auch am meisten Items. Und... Jupp. Dann mal... Zuerst auch ein paar Sachen. Dann wechseln. Aber... die... ...items hier. Schade, dass ich wieder kein Cold Spell habe. Der besser ist das andere. Ähm... Was ich noch machen könnte ist vielleicht... Der Wirbelwind, also der... Zyklon... Aber ich weiss jetzt gerade gar nicht, was ich mit der Klockrücklasse machen will. Weil viele halt einfach nicht gehen. Versteht ihr? Ich habe noch nicht die Items für die meisten Bates, also ich möchte nicht zu mega grinden Ja, man wird halt immer wieder enttäuscht Komm, Spiel Es ist eben mir langsam ein bisschen nervig, dass viele immer wieder nicht gehen Dass man Bates nicht spielen kann, weil es nicht mehr los ist Jetzt müssen wir aber kurz runter zum Necro Drago Basel, glaube ich, der hat die Items Jetzt haben wir ja viel mehr Items auch, also Platz im Lager für Items Und Unbenennung haben wir die Platz auch, genau Ja, es hat alles Creed, also ich will eigentlich nicht Creed gehen diesmal Ja, Feuer brauchen wir auch nicht Wenn das das da noch So Den hier brauchen wir auch nicht, wir müssen andere Sterbe tragen, weil beide nicht Ding sind Also ich glaube, es wirkt nicht auf die Magerskelette Magerskelette Aber wir werden dann sehen Hauptsache die machen genug Schaden, aber ich denke, die machen schon Ja, es ist genug Schaden So, hier haben wir Attack Speed, können wir auch gebrauchen 3 Damage nicht Mit den Schlüssel natürlich Und Attack Speed Minion Damage, okay 11 11 Ja, da haben wir noch mehrere andere Items, die wir gebrauchen könnten Was wir dann einen anderen Charakter, eine andere Klasse nehmen können Gut Machen wir gleich mal noch kurz den Charakter und gehen ins Lager Kann ich euch noch kurz ein paar Spaces eigentlich nutzen möchten Ich bin mir nicht sicher Also beim Match Ding heißen sie, glaube ich, anders Da heißen sie irgendwie Also, Rucke sind nur die Naherkampfskette Äh, ja, Skies Schauen wir das mal an Ja, Rucke Und bei Magier, die haben wir nicht Magier müssen wir ja noch gleich spielen Das geht jetzt auch wieder ein bisschen länger Bis wir die Magier haben, denke ich mal Ja, einfach 10 Level mehr, denke ich Brauchen wir 10 Skillpunkte mehr Aber die haben dann auch noch ziemlich schnelle Skelette im Nachkampf Ich habe diese Skillung dort unten rechts Und gehe halt auch wieder auf Crit, aber ich weiss nicht Wahrscheinlich ein bisschen zu langsames, also zu wenig Crit Chance sein für die Minions Aber was ich jetzt eigentlich mache, ist die Skelette mega zäh Ich hoffe es geht Dass die Skelette wirklich gar nicht mehr siegt werden Und ja, wir schauen, dass wir genug Ward haben und ausweichen Dann geht's Also wenn wir viel ausweichen bekommen Dann geht es eigentlich mit den Äh, mit der Defensive Aber ich glaube ausweichen kann man nicht über 100 Also nur unter 70% oder so Eigentlich Das ist irgendwie ein bisschen geguckt So, Skeletten sind da Jetzt muss ich die natürlich neu auf Rockes Ähm, skillen können Und dann müssen wir einfach noch viele Nahkampf-Skelette haben Ja, es ist ein bisschen doof gemacht, dass Rockes viel weniger sind dann Sonst es einfach mehr kostet, die wegzumachen Darum habe ich sie jetzt auch noch nie so richtig angetestet Sonst machen wir einfach so Nahkampf-Skelette Und später dann Äh, die Rockes Die Nahkampf-Skelette sind ja auch stark Und die machen zuerst Rocke, einen Rocke Und danach die Nahkampf-Skelette weg Ich weiss nicht Ja doch Zuerst Nahkampf-Skelette, dann haben wir mehr Skelette Genau Also Ich weiss den nach außen Spiel dann in Leistung Warte Wissen Bild Ich bin beringer Ja Den können wir natürlich noch nicht trauen Okay Dann bis zum nächsten Port Auf Wiedersehen Und die Motivation steigt sich über mir auch wieder Tschüss